Geheim, Geheimgeschenk? Internet, Junge. F.I.? Okay. Danke schön. I guess. I don't know, I don't know. Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu der neuen Folge Pokémon. Liebes Pokémon. Ich zocken wieder. Loll. Einfach nur fucking Loll. Äh. Achso, ich will dir was wir machen sollen. Nach Weideburg gehen, wow. Oh cool item. Einfach nur scheiße, let's fucking go. Fick dich. Oh ne, das ist kein Kinder. Er kommt auch auf die. Schnell durch. Der Angler. Äh, äh. Puh. Alter, wie sieht die Hände aus? Einfach ich? Wenn ich die Puls spuche und dann ins Pokémon ziehe, kann ich sofort erkennen, was es gerade denkt. Oh, du glaubst mir nicht? Kannst du nicht nur das mit der Charavie anpassen? Äh, äh. Lass mich nicht in der Charavie anpassen. Hans Gustav und ich sind ein fantastisches Team. Ich hab schon viele Menschen getroffen, aber sie versteht mich einfach am besten. Sie, sie, Hans Gustav. Alter. Meine Mutter hasst mich einfach immer noch. Komm ich für einen Game mit PC ran, Junge. Ach. Mann, ich für einen Game mit PC ran, das ist wie ich raniii. Also was ist das für eine Anlage, Junge? Ist mein Lautsprecher über, über Takten, Junge. Und richtig Spaß, Alter. Fühlt ihr gleich ins Fenster. Weil er kein Fenster hat, deswegen, oder? Ach, die Alte hat Geld. Schöner sind die. Die ist nicht alle. Das Ding ist tot. Das Ding ist einfach nur tot. Die gibt mir rote Kacke und Chamian hat Anfall, so. Aero. Aeroatz. Looooool. Ja, kannst du gar nicht heulen gehen, Alter. Angriffsding. Komm, hoch zugebe. Ha. Outplay. Yay. Und wie geht bekomme ich? Ich bekomme. 1500 Euro auf mein Konto. Let's fucking go. Du bist fett? Habe ich nicht alles drüber rein dabei? Let's go. Ist da nicht die TMI, Roas? Die war doch hier. Ich kann mich doch noch dran ändern. Ach. IQ 1000. Wo es gibt es irgendetwas? Ja. Wieso mit drauf kommen? Sklaven, Alter. Wie die. Kack. Wie die. Kack. Wie die. Wie die. Wie die. Kack. Wie die. Wie die. Kack. Wie die. Kack. Jedes. Game. Ein. Aber ich benutze die nie. Einfach. Gar. Nicht. Ich denke. So habe ich die für später. Aber ich benutze die sowieso nicht. Können sie das eigentlich einfach sparen. Wow. Soll ich beenden? Die ich nicht benutze. Let's go. Ist nicht egal für Anfall. Das ist eine Tasche. Ist das. Ist das. Gießkanne. Gießkanne. Alter. Ist das noch vorne ein Pokéball? Wtf. Man sieht ja die Verbindung gar nicht. Das ist ja so ein Pixel. Junge. Mit den AA. Was da reinkriegt. Und. Du könntest. Und einfach. Fick dich. Ja. Schleide. Kack. Ja. Spuren. Cool. Was ist hier in der Karte? Wow. Ich habe noch nicht gesehen. Wie diese Region aussieht. Ich habe noch zu spät. Tausmal. Äh. 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 Wichtiges zu tun. Ein Bombending für die Galaktik. Haha. Wie funny, du Huren. Ist mir hierhin. Ja. Äh. Was hat mir das Game? Ah. Ich soll. Soll. Adolf besiegen. Marinos. Ich kenne den Ficker. Das erste Mal habe ich Marinos im Pokémon Scenna gesehen. Ich habe mir so gedacht. Was? 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 Wer ist das? Was? Wieso? Wieso war der da? Was? Was will der da? Was? Kommt an. Jetzt kommt er in den Rivalenkampf. Äh. War das nicht so? Nee. Es gab noch hier einen Rivalenkampf. Irgendwann. Die Arena so bescheuert wie immer. Ich glaube der ist wichtig. Ich laufe einfach rum wie behindert. Ich habe keine Ahnung was ich kann machen. Aber den irgendwo. Was war? Magnificent. Ach noch eins. Was ist ja Kreativität. Wow. Er ist tot. Ach man. Mach dich doch nicht so fett. Du Arsch. Du Arsch. Oh man. Mach dich doch nicht so fett. Kleiner. Zwölfjäger. Junge. Haut. Fetten. Arschloch. Maul. Die Zeiermitte. Nicht. Ich muss keine Kinder. Dich umbringe. Geht das so ein bisschen. Hahaha. Ist das übertrieben? Ich zerstöre sie bloß. Eine Planscherin. Also das heißt. Planscherin. Los Niki. Mach tot. Mach tot. Ist das so voll tot? �. Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Ýšššš. O toi ĝšššššš... Hey. Deine Mutter ist tot. Mothose TonMe. Motho ohne書. Ist doch Eis aufsmaul? Legamet. pokémon die gehalten auf den maul eier und dann bist du strong genug alle zeit wie das hier abgeht bei hins messer stich und alter hat maul erstellig physik und kunstwerkschen das jetzt schaffen diese leute abzuziehen alter ist der fett junger ist einfach so groß wie ich sie ja aus wie ein wohin daneben ob ich jetzt wieder so auf die maul bekommen alter ist da massiv ich würde nicht oft herausgefordern sondern nur immer müsste mich die kennenlernen ich hole mich einfach einmal um oder bis zum tut er sich straß jetzt geschlüsselt raffael rein kommt so einen internen schlaganfall ist es nicht zu glauben einer ist einfach nicht zu fucking glauben und nicht die reine knallt weg angriff minus drei alter hilfe jetzt jetzt einfach kommt man macht einfach ein springt dann aus dem fang den fenster perfekt das ist sogar hilfreich weil das ding ist wie uns drei also das ding ist 3 das hilft danke für den kripto huren sohn ja helft man sich ein boden gegen macht er sowieso nicht sterben lassen kann ich nicht auf den löffel des arena leiter sein es ist das ist auch lustig in der vorliegenden nur mit 30er pro und spieler oder was alter so eine kacke jetzt ernst hat moorlord und mach relativ gut der mensch und lol wieder frau aber das glück ist ganz so einmal angreifen einmal könntest du es machen der ist so dumm der ist einfach dumm dieser typ der typ ist dumm der typ ist dumm und man kann man mal ohne sagen was ist das für eine logik ich hätte auch einfach wasser tag machen können wenn das ding sogar tot glaube ich wasser tag wasser tag weisheit step und das ding hängt trotz und wir haben regen regen drauf wir haben regen drauf da das ist damit gerade das ist der mütz so muss einfach wieder mit purer gewalt auf die kacke draufhauen das ist ja nicht was das gilthaftig irgendwas das gilthaftig absoluter scheiß es kommt zurück feuer verbrennung tod atom bombe ich habe glück oh mein gott ich habe einmal genug das hat die attacke ausholen betten trifft mich was denn der mensch angepasst als ist später für piks wichtig vielleicht es hat jetzt aber auch nichts mit skill zu tun so ah ja war ich bin lucky ist die beere wurde sie gespeichert in seinem magen hatte man kann man angst das ist richtig spannend mein ding ist für 50 runden eingefroren was wir das richtig spannend ich glaube da fünf runden in die fresse einfach krieg das ding was ist das für ein game wow 1000 ist der typ jetzt endlich tot 3.800 euro er das ist viel zu ich habe 20.000 bekommen sollen bei diesen line was ich haben ja praktisch scheiße weg mich schug der ding kackt weg endohren leider du hast sticker die marios verwendet ich will doch keine sticker haben die er verwendet hä egal leute damit würde ich sagen wenn ich dir das mal gefallen wünsche ich euch wohl das schön betrug weil ich auch tschau wenn ihr wollt dann äh habt einen schönen tag wenn nicht dann nicht tschüss ja aber ja ja Vielen Dank.